Schaut mal, das wird jetzt total unspektakulär und mit Lärm im Hintergrund. Ich bin ja auf Gruppenurlaub, bin Behindertenbetreuer und bin mit unseren Leuten und einer Gruppe unterwegs. Und in dem Haus, wo wir wohnen, stehen super geschickt die gewöhnliche Nachtkerze. Und wir haben halt Verkehrslärm im Hintergrund. Aber ich habe die Hoffnung, nachdem ich es gestern beobachten konnte, dass wir heute da, für die, die ein bisschen Zeit mitbringen, am Abend, kurz nach neun, das Aufgehen der Blütenknospen von den Reifen, nämlich das wird bei dieser Pflanze diese und diese sein, die da noch nicht. Da wird es diese, diese und diese sein. Da wird es diese und diese und diese sein. Da können wir zuschauen. Da kann man in der Regel, wenn man es geschickt erwischt, wirklich zuschauen, weil das macht einen Plopp sozusagen. Und innerhalb kürzester Zeit dreht sich dann diese Blüte auseinander. Und man sieht es dann echt gut aufgehen. Ich werde dann auch noch mehr zur Blüte erzählen. Es ist mir jetzt darum gegangen, dass wir, jetzt ist sexy, dass wir das einmal sehen, wie hat denn das am 6. Jahr ausgeschaut. Gegen 9 ist es nämlich so, dass wir dann auch schon die ersten Risse und Spalte da drinnen sehen werden. Für uns, und ich werde es vielleicht nachher noch einmal erzählen, die, die so gern essen. Ich bin jetzt so froh, nein, warte einmal, weil ich mag ja das auf Nacht filmen können. Ich nehme mir da die da. Für uns, die ist da, gerade diese Tagesblütenknospen, also die, die dann heute aufgehen werden, sind echt lecker zum Essen. Kann man einfach so abbeißen und auch in Salate reinhauen. Oder wenn wir gern kocht, in Öl anschwitzen oder solche Sachen. Wieso das jetzt gerade nicht richtig scharf wird, also weiß ich nicht. Ja, da drinnen sehen wir schon diese gelben Blütenblätter. Aber wir werden auch die Blüte dann noch sehen, wann es soweit ist. Ich werde wieder das dann so einen Schnitt machen und dann seht ihr einen kurzen Übergang und dann geht es weiter. Und seid gemeint, also möglicherweise wird es ein paar von meinen Begleiteten im Hintergrund hören. Sollt uns dann nicht stören. Jetzt einmal. Ich meine, es ist halt jetzt schon schwierig für die Kamera, weil es Nacht geworden ist oder ziemlich finster geworden ist, aber ich glaube, wir wischen es. Das sind schon alles frisch aufgegangene Blüten von der großen oder von der gewöhnlichen Nachtkerze. So schaut das jetzt aus. Schaut, das ist eine Knospel. Die war es gerade. Uh, da sind wir jetzt dabei. Die Blüte da, die ist gerade am Aufgehen. Ja, weiß ich nicht. Toll, oder? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Da drinnen sind die schon wieder ganz läschert. Aber ihr seht, wenn die frisch aufgeblüht sind, sind die ganz weit gestreckt. Und wir sehen vier gelbe Blütenblätter. Und voll interessant, schaut es einmal. Da drinnen sind acht Staubblätter, also was die Männer auch darstellen. Und da ist der Pollen miteinander so richtig fertig miteinander verklebt. Also wenn da ein Viecherl vorbeikommt, seht ihr das? Der bleibt dann voll gut drauf hängen. Und das Ganze ist vormännlich. Bedeutet als erstes, also das geht innerhalb von 30 Minuten oder einer Stunde, muss das alles passieren. Die geht auf, dann reifen die Männer oder sind dann schon reif. Und dann nach kurzer Zeit reifen auch die Damen nach. Und erst dann sind die befuchsungsbereit. Ich habe da links gerade von mir wieder eine Blüte im Aug, die vielleicht gleich aufspringt. Oder da, vielleicht sehen wir das Ganze dann nochmal. Ihr seht es da, ich schnappe mir da jetzt die Dame. Ist einfach noch eine Blüte, was gleich dazu bringt, kann man gut essen. Schaut einmal, also die Dame, ganz ein langer Griffel, ganz lang. Und vorne, die Narbe ist viergeteilt, seht ihr das? Also das ist richtig ein Kreuz. Und schaut, wie lang das Ganze ist, steht dann da raus. Bestäuber, also ist empfänglich für den eigenen Pollen. Ja, also kann, kann selbst bestäubt werden sozusagen. Und sind aber auch, sind Nachtfalter mit am Bergeln, die was da dann angeflogen kommen und bei der Bestäubung sozusagen unterstützen. Duftmäßig, wenn das Ganze aufgeht, duftet das noch so gut wie gar nicht. Aber die entwickeln dann doch einen ziemlich strangen Duft. Ja, also ist dann schon, ja, wohl duften bis schon zu stark duftend empfunden. Aber gut, das muss jeder selber dann schnaufen und schauen, wie er das mag. Oder ob er das mag. In echt ist es ja wurscht, ob wir es mögen oder nicht. Essbar, also das ganze Ding, so wie ich es da jetzt geschnappt habe, ist überhaupt kein Problem zum Essen. Jetzt ganz frisch. Die duftet zum Beispiel schon. Also die, ja, so weit offen und die duftet jetzt schon stark. Ich finde das extrem lecker, das Zeug. Und extrem kurzlebig. Weil am Morgen sind die dann schon wieder verblüht, am Vormittag. Also dann hängen sie schon schlapp runter. Und am Abend, oh, schaut mal. Aha. Grüß dich, ich mache dir nur ein Video bei euren Nachkerzen. Und am Abend sind dann die, die sind die von gestern sozusagen. Also extrem kurzlebig. Und schauen wir mal. Vielleicht sehen wir das da jetzt nochmal, wie es aufgepoppt. Kann es nicht so, wie es gestreichelt werden. Entschuldigung, ich bin gerade eindeutig. Na ja, einmal haben wir es eh gesehen, oder? Und vielleicht könnt ihr ja selber auf Erforschung gehen. Und könnt ihr da mal zuschauen. Ihr wisst jetzt, das geht extrem schnell. So, dass man da wirklich zuschauen kann. Und, ja. Also, wenn ihr wollt. Na ja, wisst ihr was. Ihr könnt es jetzt einfach abtrauen, wenn ihr wollt. Oh, ich streichle da nebenbei jetzt einmal die Katze. Grüß dich, Entschuldigung. Ja, wirklich schon streichler. Ja, bittesehr. Und vielleicht würde da nebenbei das Ding noch aufgehört. Und ich kann überlegen, ob ich etwas vergessen habe. Hm. Weiß ich nicht. Staubblätter habe ich hergezeigt und erwähnt. Die Dame hat... Oh, ja. Schaut mal. Vielleicht sehen wir das. Oh, ja. Okay. Und. Da. 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 Ich muss wieder was. Und. Es ist doch echt fantastisch. Man kann dir auch eine Blüte zuschauen, wie es aufgeht. Wie eine Katze. Aber ja, ich bin gleich wieder für die da. Die Blüte streckt sich. Da sehen wir schon. Das lange, helle sind eben die Männer. Und da schaut diese viergeteilte Narbe von der Dame heraus. Es ist einfach jetzt wirklich schon finster. Relativ finster hier draußen. Darum ist wahrscheinlich auch die Videoqualität eher bescheiden. Verzeiht, aber wir haben das Spektakel beobachtet. Okay. Also, ich hoffe euch hat das genauso gefallen, wie es mir gefallen hat. Und ja, es wird jetzt schon wirklich, ich sehe euch das zumindest am Display, dass das schon nicht mehr gut sehbar ist. Somit machen wir den Schluss. So, schaut mal, ta 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 ta. Es ist wieder hell. Meine Mitstreiter schlafen zum Teil noch. Zumindest bin ich noch nicht in der Betreuungspflicht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze noch einmal an, weil das Licht ja schon auch wirklich ein paar war, wie wir da gestern da waren. Anschaut. Wie seht ihr, die waren gestern voll schön weit auseinander gestreckt aufgeblüht. Und jetzt sind sie schon im Verblühen. Geht schon wieder ein. Und herum. Da da. Also die werden auf die Nacht heute so ausschauen. Und die, 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 die werden auch wieder aufgeblühen auf die Nacht. Also das Spiel, das streckt sie nämlich ziemlich lang dahin. Und schaut mal. Also das geht schon eine Nacht so. Weil das da, sind alles junge Früchte. Also da sind mal Blüten dran gesessen. Und das wären einfach diese Samenschoten. Da sind dann ein Haufen Samen drinnen, wenn sie reif sind. Das platzt dann oben auf und kann man rausserschütteln. Die kann man aber auch jetzt schon gut essen. Mal schauen, ob ich mit einer Hand das aufbringe. Ja, schaut, da das weiße Passel wäre. Das sind die unreifen Samen. Und ja, so geht das ganze Spiel wieder dahin. Also heute Nacht eben neu. Und dann wächst es nach oben und nach oben. Und das kann dann schon ziemlich imposante Pflänzchen ergeben. Und die Samenstände dann im Herbst, das sind dann praktisch, bleiben ja nur die Stangeln über. Und lauter so anliegende Samenkapseln, wo man dann die Samen auch richtig ausschütteln kann. Aber natürlich, ja, noch früher kann ich noch nicht gescheit reden. Natürlich schauen wir sich das an. Ja, habe ich ja gestern gesagt, auch das Zeug ist gut essbar. Wir sehen es jetzt, weil es schön hell ist und ich schon wieder gegen das Licht füge. Jeder Film-Kenner wird sagen, der kann es einfach nicht. Macht aber nichts, wir sehen es ja trotzdem. Schaut mal, die Knospen selbst, die sind so orange, rot, lang gestielt und eben gut essbar. Und ich finde ja interessant, dass die sogar ein bisschen salzig schmecken. Also, wir müssen es mal ausprobieren. Ja, und da sehen wir jetzt nochmal schön, weil es schön hell ist. Die Männer sind gut ausgestaubt. Man sieht zwar schon noch das Fädige, das was die Pollen besessen haben. Aber wenn man jetzt auch genauer schaut, seht ihr das? Wie viele diese Pollenfäden da auf die Narben oben bieten. Also, erfolgreiche Befruchtung par excellence. Da schaut euch das an. Also, da ist der ganze Damenteil mit Pollen voll. Da auch nochmal. Da sehen wir auch im Hintergrund auch das Fädige von Polen. Also, das ist nicht, weil es jetzt irgendwie eine Spinnerin drinnen war. Sondern, das ist erdachtes Konzept. Weil, da bleibt einfach viel leichter hänger auf Viecherl. Und dann funktioniert das mit der Bestäubung Dulle. Okay. Ich denke, da schaut das Tau an. Das ist feucht. Wir haben die Blüte der Nachtkerze, von der gemeinen Nachtkerze, toll jetzt mitverfolgen können. Und ja, ich freue mich. Also, der Urlaub, der hat sich nicht nur durch Spaß mit meinem Bewohnern ausgezeichnet, sondern auch durch Nachtkerzen erwischt. Ja, okay.